Die Telefonvorwahlnummern in Deutschland umfassen 5.202 Ortsnetze, 5-Nummern-Bereiche für den Mobilfunk und mehrere Sonderrufnummern. Sie werden von der Bundesnetzagentur organisiert und vergeben. Zusammensetzung Die Vorwahlen werden einschließlich der nationalen Verkehrsausscheidungsziffer 0 angegeben, so wie sie üblicherweise für Telefongespräche innerhalb Deutschlands gewählt werden. Im amtlichen Sprachgebrauch werden Vorwahlen inhaltlich weiter unterschieden. Beispiele Die Vorwahl 030 besteht aus Präfix 0 plus Ortsnetzkennzahl 30. Die Vorwahl 0170 besteht aus Präfix 0 plus Dienste-Kennzahl 17 plus Blockkennung 0. Die Vorwahl 01801 besteht aus Präfix 0 plus Dienste-Kennzahl 180 plus Tarifkennung 1. Bei Anrufen aus dem Ausland wird die nationale Verkehrsausscheidungsziffer 0 weggelassen. Beispiele Plus 493012345678 Ortsnetzrufnummer Plus 491701234567 Mobilfunknummer Plus 491801123456 Sonderrufnummer Das Pluszeichen Plus muss vom Anrufer durch die jeweils gültige internationale Verkehrsausscheidungsziffer ersetzt werden, zum Beispiel 00 bei Anrufen von Europa aus in das Ausland oder 011 bei Anrufen von Nordamerika in das Ausland. Bei Einführung des deutschen Vorwahlsystems wurde das Fernvermittlungsnetz basierend auf analoger Vermittlungstechnik mehrstufig hierarchisch gegliedert, wobei jede gewählte Ziffer der Ortsnetzkennzahl einzeln ausgewertet wurde und einer der Hierarchiebenen entsprach. Diese frühere Hierarchie ist daher auch heute noch in den westdeutschen Vorwahlnummern erkennbar, siehe Vermittlungsstelle. Im Festnetz kann eine Nummer innerhalb des selben Ortsnetzes meist auch ohne Vorwahl angewählt werden. In den Mobilfunknetzen funktioniert dies nicht. Seit der Einführung der Rufnummern-Portabilität kann das angewählte Netz bzw. der Anschlussbetreiber nicht mehr mit Sicherheit anhand der Vorwahl bestimmt werden. Da oft aber der Tarif hiervon abhängt, bieten viele Anschlussbetreiber Auskunftdienste an, die zu einer Rufnummer die tarifrelevante Zugehörigkeit ausgeben. Das unter einer Ortsnetzkennzahl zusammengefasste Gebiet stimmt nicht immer mit Stadt- und Gemeindegrenzen überein. So sind teilweise mehrere Gemeinden unter einer Kennzahl zusammengefasst. U.A. Durch Eingemeindungen kann es passieren, dass bestimmte Teile einer Gemeinde eine eigene Kennzahl haben oder diese sogar mit einer Nachbargemeinde teilen. In manchen Fällen werden selbst die Grenzen der Bundesländer überschritten. Vorwahlbereiche Ortsnetzkennzahlen liegen aus historischen Gründen nur in den Vorwahlbereichen 02 bis 09. Sonderrufnummern sind vor allem im Vorwahlbereich 01 angesiedelt. Wichtige Ausnahmen sind die Vorwahlen 03, 02, 07, 0, 0, 08, 0, 0 und 09, 0, 0. 0, 0 ist die internationale Verkehrsausscheidungsziffer. Vorwahlbereich 00 internationale Vorwahlen Vorwahlbereich 01, Call by Call, M-A-B-E-Z, Mobilfunk, Sonderrufnummern, Servicedienste. Vorwahlbereich 02, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen. Vorwahlbereich 03, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen-Thüringen. Niedersachsen 03, 02, nationale Teilnehmerrufnummern. Vorwahlbereich 04, Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Niedersachsen. Vorwahlbereich 05, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hessen. Vorwahlbereich 06, Saarland, Rheinland-Pfalz, Hessen, Baden-Württemberg, Bayern. Vorwahlbereich 07, Baden-Württemberg, Südpfalz, Bayern 07, 0, 0, persönliche Rufnummern. Vorwahlbereich 08, Südliches Bayern 08, 0, 0, kostenfreie Rufnummern. Vorwahlbereich 09, Nördliches Bayern, Baden-Württemberg, Hessen 0, 9, 0, 0, kostenpflichtige Rufnummern, Mehrwertdienste. Kurznummern. Kurznummern können innerhalb ganz Deutschlands gewählt werden und die meisten besitzen auch eine ursprungsabhängige Leitweggelenkung. Sie besitzen entgegen dem allgemeinen Rufnummernraum mit Vorwahlen eine eigene Rufnummerngasse. B. Die Elfergasse. 110 Polizei-Notruf, 112 Euro Notruf, 115 Zentrale Behördenrufnummer, 116.116 Sperr-Notruf. 116. Harmonisierte Dienste von sozialem Wert, darunter zum Beispiel 116.000 Initiative vermisste Kinder e. 116.006 Weißer Ring e. 116.111 Nummer gegen Kummer e. 116.117 Kassenärztliche Vereinigung. 116.123 Katholische Bundesarbeitsgemeinschaft für Ehe, Familien und Lebensberatung, Telefonseelsorge. 118.116 Auskunftsdienste. 911 Feuerwehr und Rettungsdienst. Änderungen im Zuge der deutschen Wiedervereinigung. Bis zur deutschen Einheit galten in beiden deutschen Staaten jeweils eigene Systeme für Telefonvorwahlen. Eine Reform blieb hier jedoch aus. Da durch Erweiterung der Vorwahl auf sechs Ziffern genügend Vorwahlnummern im Bereich 03 zur Verfügung standen, durch die man die bisherigen DDR-Vorwahlen ersetzte. Die internationale Vorwahl plus 3-7 für die DDR entfiel mit der Reform. Reformen von Vorwahlen werden allgemein nur sehr restriktiv vorgenommen und waren auch in der Bundesrepublik vor 1990 selten. Bei der Umstellung der Vorwahlen in den neun Ländern blieben die Rufnummern erhalten, soweit dies möglich war. Ab dem 1. Juni 1992 waren nur noch die neun Vorwahlen wählbar. Siehe auch Historische Vorwahlen Vermittlungsstelle Sonderrufnummer Schreibweise der Rufnummern Amtliches Verzeichnis der Ortsnetzkennzahlen Telefonvorwahl 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 Internationale Telefonvorwahlen Mobilfunkvorwahlen Sonderrufnummer